Hallo Leute und willkommen zum Vlog Nummer 1157, dem vorvorletzten Vlog in diesem Jahr, denn noch dreimal, also mit dem Vlog zusammen noch dreimal, ansonsten noch zwei weitere Vlogs und dann haben wir auch schon das nächste Jahr. Zwischen den Feiertagen ist es normalerweise immer relativ ruhig in der Nachrichtenwelt, war zumindest in den letzten, in den letzten Wochen hätte ich was gesagt, nee, in den letzten Jahren häufiger mal so das Problem, dass man von zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel echt so eine etwas müßigere Themensuche hatte, aber dieses Jahr irgendwie nicht, also ging mir sehr, sehr oder erstaunlich leicht von der Hand in den letzten Tagen die Themenzettel zu schreiben. Wir haben noch ein paar schöne Sachen gefunden, also schön in Anführungszeichen, obwohl wir tatsächlich eine sehr positive Meldung haben, aber ich denke, er schließt sich mittlerweile von selbst. Die Themen, die wir besprechen, sind meistens eher so, aber ich glaube, es gelingt uns trotzdem einigermaßen, dass wir uns einen angenehmen Abend machen, dass wir da so ein bisschen locker, gemütlich und auch lustig drüber reden. Und genau das habe ich heute auch mit euch vor, ich habe nämlich de facto relativ schlechte Laune, sieht man mir jetzt vielleicht nicht an, ich versuche mir das nicht anmerken zu lassen, aber ich habe eine ganze Woche auf eine Netflix-Serie gewartet, habe dann vorhin eigentlich relativ erfreut draufklicken wollen, als sie nun endlich da ist und musste es nach 10 Minuten abschalten, weil mir auf Deutsch gesagt die Kopf so hoch kam, weil das eine verdammte Propagandascheiße geworden ist. Also, ich bin bedient aktuell, deswegen hoffe ich, dass wir jetzt allesamt noch wenigstens ein schönes, lustiges Stündchen gemeinsam haben, damit ich dann anschließend wieder bessere Laune habe. Legen wir direkt los mit den Nachrichten, gucken wir uns erstmal das Positive an, wobei, wir können noch erstmal das Lustige nehmen, wir steigen mit der guten Nachricht ein, wir gucken nämlich als erstes Mal in Richtung Bremerhaven. Das Portal Buten & Binnen hat vermeldet, dass der Feuerwerkswerkverkauf, beispielsweise beim Hersteller Komet, der war nun konkret aufgeführt, dass der in diesem Jahr ganz besonders gut läuft. Und zwar gab es bei deren Werksverkaufsstelle, also direkt an der Firma, eine teilweise 450 Meter lange Schlange, einen riesengroßen Andrang, ganz, ganz viele Leute wollen in diesem Jahr Feuerwerkskörper erwerben, mitunter standen gleichzeitig 1500 Leute an in der Schlange, also da war richtig was los, da hat auf Deutsch gesagt, der Bär gesteppt, um sich mit Feuerwerk einzudecken. Warum freut mich das? Naja, ganz einfach. Erstens pisst es die Grünen an, das ist immer ein Grund zur Freude, meiner Meinung nach, aber nee, darum geht es natürlich weniger. Ich gönne es dem Pyrotechnikhersteller Komet einfach, beziehungsweise generell den Pyrotechnikherstellern, die in den vergangenen zwei Jahren ja teilweise vor die Hunde gegangen sind, dank der Politik, die ihnen das Arbeiten verboten hat, beziehungsweise verboten hat, ihren Jahresumsatz zu machen, die also teilweise in der Insolvenz verschwunden sind oder sich nur gerade so noch irgendwie halten konnten. Deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass es in diesem Jahr offenbar wieder besser läuft, dass die gebeutelten Unternehmen, von der Politik gebeutelten Unternehmen, dass sie dieses Jahr sich einigermaßen wieder ein bisschen aus den roten Zahlen retten können, dass sie vielleicht nicht alle drauf gehen. Ich freue mich auch für die Leute, denn, na klar, man kann von Böllern halten, was man will, aber es ist eben ein Stück weit auch irgendwo, es gehört zur Lebensfreude dazu. Und auch wenn ich selber jetzt kein Krach-Fan bin, ich bin Fan von Feuerwerk, von Raketen, das finde ich ganz toll, aber dieses Geknalle, wo man nichts Schöne sieht, das gibt mir jetzt auch nicht allzu viel, aber es ist eben irgendwo ein Stück weit, es gehört für viele Leute zum Jahreswechsel dazu, es ist so eben, naja, Lebensfreude gemeinsam, eine coole Zeit haben, ein bisschen Spaß machen, vielleicht ein bisschen Krach machen einmal im Jahr. Das ist nun wirklich nichts, was man irgendwo, naja, den Leuten verbieten sollte, weil deprimiert sind sie alle schon genug. Und wir sehen ja, was beispielsweise mit den psychischen Erkrankungen in den letzten zwei Jahren los war. Wenn man den Leuten die Lebensfreude nimmt, naja, was passiert dann wohl? Richtig, die Psychiater werden überrannt, die Sofas sind voll und die Selbstmodrate steigt. Die Leute sind de facto allesamt, naja, weniger gut drauf, ganz platt ausgedrückt, was sich dann damit hier durchschlägt, dass besonders auch Kinder und Jugendliche teilweise ernste Probleme bekommen. Deswegen ist es eine ziemlich blöde Idee, den Leuten Sachen zu verbieten, die einfach mal so ein klein wenig Erheiterung mit sich bringen. Ob man das nun selber gut findet oder eben nicht, ist dafür völlig irrelevant, aber es ist zumindest ein gutes Zeichen, dass auch in Absurdistan noch nicht jeder die Lebensfreude verloren zu haben scheint. Wird schon wieder gehetzt, die Leute müssen ja Geld haben und ich dachte, die Inflation wäre so schlimm, liest man von irgendwelchen Malte Torben es nun im Internet. Naja, Malte Torben, es gibt eben auch ein paar Personen, die sind aber nicht ganz so verbittert wie du. Und natürlich ist es irgendwo ein Stück weit Geldverschwendung, man verbrennt im wahrsten Sinne des Wortes Geld, aber wenn man nicht wenigstens einmal im Jahr ein kleines bisschen, auch ohne jeden Cent zweimal umzudrehen, ein kleines bisschen Spaß haben kann, na, was ist denn das dann für ein Leben? Also ich gönne es jedem, der dieses Jahr ein ordentliches Feuerwerk macht, wenn er nicht Gefahr läuft, dass es SEK bei ihm einreitet. Hatten wir die letzten zwei Jahre, da stand das ja unter Strafe teilweise, wenn man tatsächlich den Jahreswechsel mit Freunden hat begehen wollen. Da konnte man davon ausgehen oder musste damit rechnen, die Polizei tritt einem die Türe ein, wenn da auch nur einer zu viel im Wohnzimmer saß. Und vor dem Hintergrund ist es meiner Meinung nach lange überfällig, dass in diesem Jahr offenbar wieder ein bisschen Lebensfreude offiziell auch gezeigt wird. Und die Leute sagen, ja, wir kaufen dieses Jahr ein bisschen Pyrotechnik, und wir gehen vielleicht auch bewusst zum Fachhandel in diesem Land, um die Unternehmen zu unterstützen, kaufen sie uns nicht vom Polenmarkt oder sowas. Wir lassen es dieses Jahr mal wieder so richtig krachen. Natürlich hat sich Budden und Binnen auch es sich nicht nehmen lassen, mal wieder zu wettern und zu hetzen, wie schlimm doch Feuerwerk ist. Und so wurde beispielsweise ganz breit getreten, dass ja die deutsche Lobbyhilfe, ah, verzeihung, die deutsche Umwelthilfe, dass die ja einen Brief an die Fäser geschrieben hätten, dass das verboten gehört, wegen der Umwelt. Also erstens ist Absurdistan jetzt nicht das einzige Land auf dieser Welt, wozu Silvester-Feuerwerk stattfindet. Im Gegenteil, da gibt es andere Länder, da sind ganz, ganz andere pyrotechnische Events. Es ist also ziemlich absurd, es in Absurdistan verbieten zu wollen, wenn es angeblich um Klima geht. Aber dieses Jahr haben sie nun erzählt, dann fallen ja die Vögel vom Himmel. Ach so. Gut, das kann ich jetzt so von dem, was ich bisher erlebt habe, nicht bestätigen. Es ist nämlich in der Regel so, dass tatsächlich auch Wildtiere, wenn er schon ein paar Tage vorher anfängt, ab und an mal irgendwo zu knallen, dass die sich dann meistens im Unterholz irgendwo vergriechen. Klar, wenn das von jetzt auch gleich plötzlich passiert, dann schreckt es die hoch. Deswegen ist es ganz gut, wenn schon ein oder zwei Tage eher ab und an mal ein kleiner Böller hochgeht, dann stellen die sich nämlich darauf ein. Und dann können die das auch relativ gut ab. Uns soll aber nun erzählt werden, dann würden die Vögel bis zur Erschöpfung fliegen und dann fallen sie alle vom Himmel. Ja, wer kennt das nicht? Also ich bin ja nun mittlerweile, wie alt bin ich? 30, glaube ich. Ja, ich habe ja nun schon einige Silvesterfeiern erlebt. Und ich weiß auch noch, wie es im Dorf dann am Neujahr so aussieht. Wir sind dann so rumspaziert, haben wir, also als Kinder, haben die Raketenspitzen aufgesammelt. Was ich aber nicht einmal gesehen habe, war, dass das ganze Dorf voller toter Vögel war. Und auch im Umland des Dorfes habe ich das so noch nicht gesehen. Also gerne mal eure Erfahrungen reinwerfen. Aber wir waren wirklich sehr oft damals als Kinder unterwegs im Dorf. Eigentlich immer, weil wir haben halt immer draußen gespielt. Und ich habe noch nie erlebt, dass nach Silvester überall die toten Vögel lagen. Mag sein, dass es in anderen Teilen des Landes anders ausschaut, aber ehrlich gesagt, das halte ich für absoluten Nonsens. Ist mir auch noch in keinem anderen Land bisher aufgefallen, in dem ich war. Aber gut, das ist nun die neue Argumentation. Die Vögel würden vom Himmel fallen. Die Vögel fallen vom Himmel. Und dann wurde noch erzählt, wie gefährlich das doch ist, wenn geböllert wird. Die Notaufnahmen sind überfüllt und die Polizeigewerkschaft warnt. Und der, der Ärzteverband warnt. Naja, eigentlich sollte jedes Kind wissen, wie man sicher mit Pyrotechnik hantiert. Und wenn man entsprechend zertifizierte Feuerwerkskörper kauft, beispielsweise bei Firmen, die Werksverkäufe in Deutschland haben, dann sollte da, wenn man nicht stockbesoffen irgendwas zündet oder sich damit gegenseitig beschießt, was in Neukölln an der Tagesordnung ist, dann sollte da eigentlich nichts passieren. Ist mir auch kein einziger persönlicher Fall bekannt. Weder aus dem direkten, aus dem näheren, noch aus dem erweiterten Umfeld. Ich kenne keinen einzigen Vorfall, wo jemand ernsthaft zu Schaden gekommen ist. Ja, wir haben bei uns mal die halbe Wiese abgefackelt. Aber das war was anderes. Da gab es keinen Personenschaden. Ja, da ist halt ein Mast in Brand geraten. Das war halt auf dem Dorf so. Haben wir gelöst. Fertig, aus. Was? Es sah dann nur ein bisschen scheiße aus, was ein Gartenzaun erwischt hat. Aber viel Schlimmeres habe ich noch nie mitbekommen. Und dass die Wiese abgebrannt war, das lag jetzt auch nicht daran, dass meine Eltern besoffen damit hantiert hätten. Das lag einfach daran, dass es in dem Jahr damals sehr, sehr trocken war. Und das war auch kein Böller. Das war so, und kennt ihr diese Feuerräder, die so hochzüchen? So ein Feuerrad ist damals bei uns in den Vorgärten, also nicht in so einen Grünstreifen gerast, wo relativ hoch das trockige Strüpp stand. Und das hat dann eben ein bisschen gebrannt. Ja, passiert, hat man eben gelöscht immer im Dorf, hat man ja die Regentonne in greifbarer Nähe. Aber meine Güte, ist halt einfach so, nichts weiter, nichts weiter, niemand zu Schaden gekommen, alles Bestens. Muss man eben schauen, dass man Wasser in der Nähe hat. Das ist der einzige Vorfeld, den ich jemals erlebt habe mit Pyrotechnik. Und das lag eben daran, dass dieses Feuerrad, das ist eigentlich die Kinderfeuerwerk gewesen, also das ist sowieso freiverkäuflich, dass dieses Feuerrad in das trockene Gebüsch geflogen ist. Aber klar, es wird nun großflächig gewarnt, wie gefährlich es doch wäre und wie schlimm die Notaufnahmen überlastet sind. Vielleicht, liebe Ärzteverbände und Polizeiverbände, solltet ihr mal davor warnen, besoffen mit irgendwelchen Sachen zu hantieren. Wenn man stockbesoffen Pyrotechnik zündet oder ein Fahrzeug führt oder sonst irgendwas macht, auf eine Leiter steigt, ja, dann kann das zu Unfällen führen. Da kann aber der Feuerwerkskörper nichts führen. Das liegt einfach daran, dass die Person, die irgendetwas verwendet, nicht mehr Herr ihrer selbst ist. Wäre also ein bisschen zweckdienlicher vor übersteigertem Alkoholkonsum zu warnen. Das ist nämlich in der Regel der größte Faktor, weshalb Leute irgendwo in der Notaufnahme landen an Silvester. Aber natürlich ist die Pyrotechnik schuld, die passt ja nicht in die Propaganda der Grünlinge. Das wollen sie ja ohnehin verbieten. Und jetzt haben sie eine neue Begründung dafür gefunden. Da haben wir nämlich gleich den nächsten Artikel von südthüringen.de. Nun wird in mehreren Thüringer Städten zumindest teilweise das Abbrennen von Feuerwerk, das Zünden von Feuerwerk verboten mit der Begründung Brandschutz. Das ist spannend. Die letzten zwei Jahre hat man es verbieten wollen, weil angeblich, ach so gefährlich, weil jetzt Zombie. Und dann versucht man es zu verbieten, weil die Vögel vom Himmel fallen. Und jetzt kommt die offizielle Begründung, wegen einem Schutz vor Bränden. Ach so, und die letzten über 30 Jahre, in denen Thüringen jetzt nun zu Absurdistan gehört, da ging es doch aber komischerweise auch. Betrifft nur eine Handvoll Städte. Konkret geht es um historische Stadtzentren. Da kann man das ein Stück weit auch noch verstehen. Allerdings sind da jetzt auch selten Sachen, die leicht in Brand geraten. Da ist nämlich so gewöhnlich ein gewisser Schutz vor Bränden generell schon gegeben. Aber gut, konkret geht es um die Städte. Ich habe es mir einfach alles aufgeschrieben. Einmal durchrattern, um die Städte Weimar, Rudolstadt, Bad Langensalzer, Bad Langenburg, da war ich mal auf Klassenfahrt, Gurta, Saalfeld, Schleusingen und Wasungen. In diesen Städten hier gibt es zumindest ein teilweise, teilweise gibt es das Wort, gibt es zumindest teilweise ein Verbot, Feuerwerk abzubrennen, weil man angeblich Brände vermeiden möchte. Erinnert ihr euch noch an diesen Irrsinn der Feuerwerksverbotszone in Berlinistan? Das sind wir vor, ich glaube, drei Jahren, nee, zwei Jahren muss es gewesen sein, sind wir ja da lang gefahren, dann haben wir ja da noch Boris abgeholt. Da habe ich euch ja diese Feuerwerksverbotszone einfach mal gezeigt. Ja, mein Gott, dann gehen die Anwohner eben jener meist Problemviertel in Berlin. In Berlin geht es ja darum, dass sich die Klanze nicht gegenseitig mit einem Raketen, mit einem Raketen abschließen. Da gehen sie halt einfach um die nächste Straßenecke. Aber das ändert auch nichts daran, dass da ein gewisses Gewaltpotenzial in Regionen wie zum Beispiel Neukölln oder gewissen Straßenzügen in Schöneberg herrscht. Das ändert auch nichts daran, dass die Leute sich irgendwo die Schnauze einhauen oder sich mit irgendwas beschießen. Das machen sie trotzdem, ob das Abbrennen von Feuerwerken erlaubt ist oder nicht. Das Einzige oder die Einzigen, die davon tatsächlich geschädigt werden, sind gerade auch Menschen mit Kindern, Familien, die vielleicht einfache Paraketen um Mitternacht starten lassen wollen, wenn die dann kriminalisiert werden. Die, die sich damit Schaden zufügen wollen, die es irgendwie geil finden, die den Nachbarclan abzuschießen, die machen das trotzdem. Ja, dann machen sie es eben nicht vor der eigenen Mietskaserne, dann gehen sie zu einer Mietskaserne weiter. Und selbst wenn sie es vor der eigenen Mietskaserne machen, da geht doch meistens eh keiner ran von Seiten der Polizei. Da wird ja dann nicht unterdagestanden, da wird ja dann mit unterdagestanden und geklotzt. Naja, wer immer heranbekommen wird, wen man da doppelt und dreifach strafen will, das sind meistens die, die, wo von denen keine Gefahr ausgeht. Wo man auch als Polizist weiß, ja, wenn ich die Familie mit den Kindern jetzt anfurze, denen ein Bußgeldbescheid auf, gut, einen Bescheid kriegen sie ja nicht, denen ein Bußgeld androhe, ja, dann ist das ja, ist das ja wenig aufwendig, ist es für mich keine Gefahr und man kann ein bisschen Geld eintreiben. Das prägt aber eben auch nicht zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit bei, aber es ist eben Deutschland. Aber wir wollen jetzt nicht über Berlinistan reden, wir sehen in Thüringen, in Thüringen, im demokratischen Thüringen, die warten seit zweieinhalb Jahren auf ihre versprochene Neuwahl. Also so viel zu dem Thema. Fairerweise muss man dazu sagen, das sind nur Brandschutzverordnungen der Städte und Gemeinden, da kann die Landesregierung jetzt nicht ganz so viel für, aber es ist schon ein bisschen merkwürdig, dass gerade in dem Land, wo seit zweieinhalb Jahren eine Neuwahl verschleppt wird, den Menschen vorenthalten wird, ihre Regierung selbst zu wählen, dass gerade in dem Land so ein Irrsinn schon wiederkommt. Nun, wegen der Brandgefahr. Und was kommt als nächstes? Also die erfinden ja jedes Jahr eine neue Ausrede. Das zeigt, was die bisherigen Argumente ihnen wert waren, nämlich de facto gar nichts. Wenn ich ein gutes Argument hatte, brauche ich nicht jedes Jahr ein neues. Dann bleibt mein Argument auch im Folgejahr noch valide und bestehen. Wenn ich aber alle Nase dann irgendwas Neues mir aus dem Rippen schneiden muss, ja, dann deutet das darauf hin, dass die bisherigen Argumente vielleicht eher Strohmänner gewesen sind und da vielleicht auch nicht ganz so viel dran war, wie man sie gerne verkaufen möchte. Aber ist halt Grünlingslogik. Das sind jetzt nicht nur die Grünlinge, auch die SPD haut in die gleiche Kerbe. Im Prinzip so diese ganze gewisse Mainstream-Einheitsfront. Lebensfreude ist böse. Im Prinzip alles, was nicht dazu dient, die Handel zu finanzieren, ist böse. Ihr sollt ja am besten nur noch in einem Schuhkarton leben und zum Arbeiten, zum Steuernzahlen raus dürfen, wenn es nach denen geht. Und so Sachen, die einfach mal Spaß bereiten, die vielleicht auch keinen großen Sinn ergeben, die wirklich einfach nur kurzfristig eine schöne Zeit machen, die gehören abgeschafft. Nicht wahr? Da hat ja die Handel nichts von. Sei euch nicht gegönnt. Nee, natürlich nicht. Ich hoffe, dass ihr alle ein wunderschönes Silvester habt. Wer will, soll es krachen lassen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wer nicht, der kann es ja machen, wie die, wie hieße denn, die Olle aus Köln, die Reka vorletztes Jahr propagiert hat, am Lichtschalter stehen und das Licht an und aus machen. Das ist natürlich auch absolut freigestellt. Aber wie jeder ins neue Jahr feiern möchte oder auch nicht feiern möchte, das entscheidet nur eine einzige Person. Ihr selber. Auch wenn es in Grünlin überhaupt nicht passt. Lassen wir aber das Feuerwerk erstmal Feuerwerk sein. Kommen wir zu einem Feuerwerk der anderen Art. Wir gucken nämlich mal zur Saarbrücker Zeitung. Die haben von einem wahren Feuerwerk am Himmel berichtet. Da ist nämlich eine Gretelmühle abgeraucht. Ja, gut. Ich habe das jetzt ein bisschen hochgenommen. So lustig ist es eigentlich nicht. Denn am Ende zahlen wir die Zeche ja mal wieder. Wir haben das Scheißding ja finanziert und quersubventioniert. Und die Entsorgung, die Sondermülls, die werden wir aber auch finanzieren. Aber gucken wir uns erstmal an, was sich dann zugetragen hat. In der Nacht gegen 3 Uhr morgens ist eine Gretelmühle etwa 100 Meter hoch in Flammen aufgegangen. Werner Schrepp kommt öfters vor. Da muss ich jetzt gestehen, gesehen habe ich das selber auch noch nicht. Aber das sind auch so Sachen, da achtet man nicht drauf. Nachrichtentechnisch, naja gut, das sind ja meistens regionale Ereignisse. Ist dann auch eher Zufall, dass man das mal sieht. Allerdings scheint das von der technischen Ursache her gar nicht so unwahrscheinlich zu sein, dass das passiert. Denn der Verdacht besteht, dass es an einem Bremsmanöver aufgrund eines Sturms lag. Also es war ein bisschen windig und eigentlich leben diese Gretelmühlen doch von Wind. Aber weil zu viel Wind da war, mussten sie die Gretelmühlen anhalten. Und bei diesem Abbremsmanöver scheint sich diese Gretelmühle in Rauch aufgelöst zu haben. Also ich dachte, dass ein Windkraftwerk mit Wind umgehen kann. Wenn das Windkraftwerk in Brand gerät, weil es windig ist, dann ist das ein bisschen absurd. Aber okay. Es wird aber noch viel abstruser. Die Feuerwehr konnte nämlich nur daneben stehen und es abbrennen lassen. Wir hatten ja damals drüber geredet, dass in Berlin nur Leitdrehleitern bis irgendwie 25 oder 12 Meter dreistöckige Gebäude konnten von der Feuerwehr noch gelöscht werden. Aber alles drüber war schon schwierig in Berlin, in der Innenstadt. Mittlerweile haben sie neue Leitern bekommen, zumindest zu teilen. Wir können uns aber ausmalen, was dann bei Bränden in Höhe von 100 Metern so ist. So lange Leitern gibt es nämlich bei der Feuerwehr nicht. Und deswegen hat sich übrigens zugetragen in, oh Gott, wie heißt denn das Kuhdorf? Auch wieder in der Nähe von Bremerhaven irgendwo im Norden. Ich habe mir das Kuhdorf zwar... Nee, ich habe mir das Kuhdorf nicht rausgeschrieben. Ganz, ganz komisch. Nee, es war nicht Bremerhaven. Wenn es euch interessiert, klickt auf den Link, der mit Sicherheit schon reingeflogen kam. In welchen Kuhdorf das Ding jetzt stand, ist ja eigentlich relativ wurscht. Fakt ist jedenfalls, es ist in Brand geraten, in 100 Meter Höhe und die Feuerwehr musste es kontrolliert abbrennen lassen. Im Saarland war es. Dankeschön. Habe ich Saarland mal kurz in den Norden verbrachte. Dabei ergibt es Sinn, wenn es dieser Brücker Zeitung ist. Nee, da habe ich die Meldungen, die stehen nämlich untereinander, die Meldung von Bremerhaven im Feuerwerksabverkauf und der Meldung vom abgerauchten, abgerauchten Windrad. Da habe ich jetzt kurz, sagen wir mal, nach Bremerhaven teleportiert. Vielleicht ist da auch alles abgebrannt, aber zumindest nicht in dieser Nachrichtenquelle. War aber auch noch nicht alles. Losheim war es, danke Prinz Eisenherz. In der Nähe von Losheim stand diese Gretelmühle. Die umliegende oder die da heran vorbeiführende Bundesstraße, die Landstraße da, ist kurzerhand gesperrt worden, weil sie Angst hatten, dass eventuell Teile des Windrades auf die Fahrbahn fallen könnten. Und die ist nicht nur während des Brandes gesperrt worden, denn da ist dann mitten in der Nacht alleine ausgegangen. Irgendwann war es einfach abgebrannt. Die Feuerwehr stand eben da und hat zugeschaut. Was wollten sie machen? Hochgekommen sind sie nicht, löschen konnten sie nicht. Und noch bis in den Vormittag hinein blieb diese Straße gesperrt, damit das Windrad nicht auch noch irgendwie jemanden, der dran vorbeifährt oder dran vorbeiläuft, erschlägt. Noch vertrauenserweckende Technik. Warten wir mal, ob wir demnächst mehr Meldungen dieser Arte bekommen. Kann ja vielleicht auch in Richtung Entsorgung dieser Mühlen gehen, wenn man jetzt vielleicht mal so ein bisschen in die Versicherungsecke schielt. Aber nee, wir wollen jetzt keine falschen Verdächtigungen an den Tag legen. So kann man so in der Mühle aber sicher hoflos werden. Naja, hier scheint es sich wirklich um einen Unfall gehandelt zu haben, der aber schon ein bisschen lächerlich ist, wenn man bedenkt, dass ein Windrad in Flammen aufgeht, weil es windig ist. Also irgendwie habe ich langsam das Gefühl, dass die Dinger entweder elektrisch betrieben werden müssen, weil Flaute ist, weil kein Wind da ist. Muss man also Strom reinspeisen, damit die Dinger sich drehen oder aber, dass sie abgeschalten werden, weil zu viel Wind da ist. Gibt es denn auch mal eine Phase, wo die Teile laufen und Strom erzeugen? Naja, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber wir sehen ja, sobald in Absurdistan mal ein paar Tage keine Sonne scheint, da haben wir schon ernste Probleme. Da versucht man dann mittels Gaskraftwerken die ausbleibende erneuerbare Energie zu kompensieren. Blöd ist nur, wenn kein Gas da ist, dann kann man auch das Gaskraftwerk nicht befeuern. Aber das ist ja ein Dauerthema, die Energieversorgung, die Versorgungssicherheit in Absurdistan, naja, die ist sowieso prekär. Haben wir nachher auch noch eine schöne Meldung vom DGB, aber als erstes kommen wir jetzt endgültig weg von irgendwelchen Feuerwerksgeschichten, ob nun abrauchende Windräder oder Silvesterraketen. Gucken wir uns stattdessen etwas von der Tagesschau an, bei dem ich erst gedacht habe, das kann nur Witz gewesen sein, ist es aber nicht. Ab dem 1. Januar stellt die Deutsche Post nämlich die Versendung von Telegrammen ein. Mir war bisher gar nicht klar, dass es noch sowas wie Telegramme gibt, dass man also noch Telegramme versenden kann. Ich dachte eigentlich, das wäre schon seit Jahrzehnten aus der Mode gekommen. Es ist wohl auch so, das hat mitgeteilt die Tagesschau, dass die Deutsche Post noch eines der letzten Unternehmen auf dieser Welt ist, das überhaupt noch ein Telegramm-Versand anbietet. Ist relativ teuer, für 160 Zeilen müsste man 12,57 Euro zahlen, wenn man da ein Telegramm aufgeben möchte. Gibt auch kaum noch Leute, die Telegramme versenden, das sind fast nur irgendwelche Firmen, die das gelegentlich tun. Die meisten sind aber auch da schon auf digitale Kommunikationsmöglichkeiten umgestiegen und ansonsten verwenden Firmen meistens, wenn es noch analog sein muss, auch ganz normale Postdienstleistungen. In Mode gekommen ist das Telegramm als damals schnellste Kommunikationsmöglichkeit der Welt im Jahr 1852. Und etwa 170 Jahre später stellt nun auch die Deutsche Post den dementsprechenden Versand ein. Wenn ihr noch eins aufgeben möchtet, bis zum 31. Dezember um irgendwie 3 Uhr morgens stand im Artikel, könnt ihr es noch machen. Da könnt ihr den Leuten, die euch interessieren, noch ein Telegramm mit einer Neujahresbotschaft oder mit einem Wunsch eines guten Rutsches ins neue Jahr schicken. Kostet aber einen Haufen Geld und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, wie Telegramme zugestellt werden, aber gut, das ist ja auch eine Sache. Ich denke, da muss man im Jahr 2020 gar nicht mehr so tiefgehend informiert sein, denn das ist doch völlig außerhalb der Lebensrealität etwa 99% der Bevölkerung. Vielleicht haben wir ja einen begeisterten Telegram-Schreifer unter euch. Es geht nicht um die App, nicht um die Telegramm-App. Es geht wirklich um Telegramme, wie sie in alten Filmen noch anzutreffen sind. In irgendwelchen alten Krimis, wenn ein Telegramm nach London oder so aufgegeben wird, hat man das häufiger. Es schreibt, Stefan gerade ist was aus alten Western. Ja, das ist ja wirklich absolut verstaut in der hintersten Ecke der Mottenkiste. Aber bei den Preisen 12 Euro für 160 Zeichen ist das auch nicht allzu überraschend. Die Post rechtfertigt die Kosten damit, dass es ja sehr aufwendig ist, so von der Logistik und sowas ist ja auch nachvollziehbar, dann ist die Nachfrage dafür sehr gering. Und deshalb soll es nun auch nur noch dahin geschickt werden, wo es hingehört, nämlich in die Regale eines Museums. Hoffen wir, dass nicht allzu viele enttäuschte Telegram-Fans ab 2023 sich eine neue Kommunikationsmöglichkeit suchen müssen. Aber da muss ich schon so ein bisschen lachen, weil das ist doch wirklich antiquiert. Gibt es eigentlich noch irgendwelche Rohrpostsysteme? Ohne Witz, es gab an meiner Uni mal eine Diskussion, also das war ein Antrag im Studentenparlament, Studierendenparlament, wie es ja so schön neudeutsch heißt, da wollte tatsächlich eine Fraktion ein Rohrpostsystem im Hauptgebäude haben. Ich habe echt gedacht, ich sehe nicht richtig. Oder ich höre nicht richtig in dem Fall. Sie wollten ein Rohrpostsystem, hey ist gut, im Uni-Hauptgebäude zur Übermittlung von Nachrichten. Na, also da saß man dann auch drin und dachte sich, es habt ihr ja eigentlich geraucht. Ja, das war ist noch gar nicht so lange her, es ist ein paar Jahre her, das war also schon jenseits der 2000. Katerchen, hör auf. Wenn das irgendwelche historischen Gebäude sind, die so eine Rohrpostanlage noch besitzen, okay, dann kann man das ja vielleicht, wenn es irgendwo Sinn ergibt, noch weiter benutzen, bis es eben kaputt geht. Aber Rohrpostsystem irgendwo neu bauen? Also Verzeihung, naja. Es scheint tatsächlich noch Leute zu geben, die ab und an einen etwas merkwürdigen Humor haben. Das Traurige an der Stelle war, dass alle Studenten die Kosten dafür hätten tragen sollen, aber das Rohrpostsystem ist auch nicht durchgegangen. Es gab noch irgendeinen zweiten Irrsinn, irgendwie eine Eichhörnchenkolonie sollte angesiedelt werden, das war im gleichen Studentenparlament. Ging es darum, dass im Hauptgebäude irgendwo eine Eichhörnchenkolonie doch bitte leben sollte. In der Großstadt in Berlin. Da wollten sie eine Eichhörnchenkolonie. Die Eichhörnchen bestimmt ganz, da werden die Eichhörnchen ganz, ganz geil finden. Aber gut, lassen wir die Meldungen als Schwank aus der Vergangenheit in der Vergangenheit bleiben und schauen uns die nächste aktuelle Nachricht an. Da haben wir nämlich noch ein paar Sachen und zwar was, was ab 2023 eingeführt wird im besten Absurdestein aller Zeiten, was auch etwas den Anschein erweckt, aus einem Schildbürgerbuch gesprungen zu kommen. Der Lügel hat berichtet, dass es ab Januar, ab dem 1.1.2023 ein Recht auf Mehrwegverpackungen bei Fastfood gibt. Ihr als Kunden, die sich vielleicht irgendwo ein Fischbrötchen kaufen oder einen Kaffee mitnehmen wollen an den Bahnhof oder sonst wo oder an der Tanke, ihr habt ab dem 1. Januar das Recht, eine Mehrwegverpackung zu verlangen, für die ihr natürlich Pfand entrichten müsst, die ihr aber dort, wo ihr das Essen erworben habt, wieder zurückgeben könnt. Also abgesehen davon, dass da so ziemlich alle unterwegs Essensverkaufsstellen das Wort gibt es wahrscheinlich nicht, aber ich denke, es ist klar, was ich damit meine, dass das alle, die Essen für unterwegs verkaufen, vor massive logistische Probleme stellt, denn diese Mehrwegverpackungen, die müssen a gelagert werden, das heißt, es ist ein Platz weg, b müssen die Dinge auch wieder eingesammelt werden, wir brauchen ebenfalls Kapazitäten, Lagerplatz, Mitarbeiter muss sich damit beschäftigen und so weiter und so fort, die Dinge müssen gereinigt werden, dann müssen sie auch wieder zurück zur Ausgabe kommen, ist also ein enormer, ein enormer Mehraufwand, gerade für kleine Unternehmen. Deswegen gibt es eine großzügige Ausnahme, kleine Imbissbuten mit maximal fünf Angestellten oder einer Verkaufsfläche von weniger als 80 Quadratmetern, die sollen davon ausgenommen sein. Aber die Ausnahme dieser Ausnahme sind wiederum Läden beispielsweise in Bahnhöfen. Die sollen auch bei kleineren, bei kleineren Flächen und mehr Mitarbeitern, und genauso vielen Mitarbeitern, also den maximal fünf Mitarbeitern oder drunter, sollen die genauso von betroffen sein, wenn in diesem Gesamtkomplex mehr Leute arbeiten oder bei Ketten, die mehr Angestellte haben. Also Ausnahme von der Ausnahme ist wirklich ausnahmslos abstrus. Was aber noch viel absurder ist, ist mal ein kleiner Blick auf die Lebensrealität der Leute. Denn das mag ja auf den ersten Blick erstmal gar nicht so schlecht klingen. Könnt ihr eure Kaffeebecher wieder zurückgeben. Aber wenn man mal kurz überlegt, in welchen Situationen man sich To-Go-Essen oder Getränke kauft, dann komme zumindest ich fast ausnahmslos auf das Ergebnis, dass ich das unterwegs mache. Das heißt, ich mache das irgendwo, wenn ich wohin fahre, wenn ich in einer fremden Stadt bin, wenn ich zwischendurch Hunger habe. Das impliziert aber in sehr vielen Fällen, dass ich diesen Laden, bei dem ich mir jetzt einen Kakao für unterwegs gekauft habe, dass ich den nie wiedersehen werde. Wie also soll ich die Verpackung dann da wieder abgeben, um da denn das Geld zurückzukriegen? Also To-Go heißt doch, man trinkt das schnell oder man futtert das schnell zwischendurch, haut die Verpackung in den nächsten Mülleimer und dann ist man satt zufrieden und ist den Kram wieder los. Wenn man nun die Verpackung vom Fischbrötchen oder vom Kaffeebecher zurückgeben soll, ja dann muss man da doch wieder hinlaufen. Das heißt, wenn ich mir am Bahnhof in Buxtehude Nordostausbau einen Kaffee kaufe, dann mit dem Zug nach Hamburg fahre, was nie vorkommen wird, aber angenommen ich tue das, dann stehe ich ja in Hamburg mit einem Kaffeebecher aus Buxtehude Nordostausbau. Und was mache ich damit? Also wenn ich meinen gesamten Hausstand mit mir rumtragen will, dann kann ich mir euren eigenen Becher mitbringen. Da brauche ich doch keinen Becher von irgendeiner To-Go-Stelle, den ich dann nächsten Tage, Wochen, Monate wie auch immer mit mir rumschleppen muss. Zumal es die Möglichkeit seiner eigenen Mehrwegbehälter zu verwenden ohnehin schon gibt. Also wenn man da irgendwo nachfragt, ob man den Kaffee in seinem eigenen Becher bekommen kann, dann wäre mir das neu, dass da jemand Nee sagt. Soll ab dem nächsten Jahr dann auch das Recht eines jeden sein. Ihr sollt euer eigenes Geschirr mitbringen dürfen. Ja, damit sollte es doch eigentlich getan sein. Aber in welchen Anwendungsbereichen ergibt das irgendwo Sinn? Wenn man nun Berufspendler ist und sowieso seinen Thermosbecher dabei hat, okay, dann hält man eben seinen Thermosbecher hin, kriegt sein Getränk da rein und gut ist. Aber die meisten Leute, die irgendwo unterwegs was kaufen, die kommen dann nicht so schnell wieder hin. Und es soll zumindest vorerst so sein, dass die Becher, die Verpackungen oder was auch immer, dass die erstmal nur von den Läden zurückgenommen werden müssen, die sie rausgegeben haben. Das macht das dann Ganze gleich noch unsinniger. Wenn es da nicht zumindest irgendwo ein umfassendes Logistiknetz gibt, dass man zum Beispiel in Hamburg in den Zug steigt und seinen Becher dann auch in Berlin abgeben kann, wenn es nicht zumindest so ausschaut, dann ist das nun wirklich abstrus. Schellolo schreibt, to go ist eine Unart, finde ich nicht. Ich bin ein sehr großer Fan vom Unterwegsessen, weil ich einfach keine Zeit irgendwo aufwenden möchte, irgendwo lange rumzusitzen. Wisst ihr ja, wenn wir irgendwo hinfahren, ich esse normalerweise immer nebenbei, weil es mir einfach nicht wert, irgendwo ein oder zwei Stunden zu verlieren, nur wegen der Presserei. Das kann man auch ein bisschen praktischer von unterwegs aus lösen. Finde ich eine sehr schöne Sache und wenn man kein großer Fan davon ist, lang und breit irgendwas zu kochen und einen riesen Aufwand zu haben, dann ist das eine ziemlich coole Lösung, wenn man einfach nur ein belegtes Brötchen will. Abgesehen davon ist es, wenn man alleine wohnt, teilweise sogar günstiger, wenn man Lust auf ein belegtes Brötchen hat, sich das belegte Brötchen einfach fertig zu kaufen, als die ganzen einzelnen Zutaten, von denen man dann die Hälfte bekommt. Müsst ihr mal für euch durchrechnen, aber ich bin schon häufiger auf das Ergebnis gekommen, wenn ich Bock auf ein Lachsbrötchen habe, dann ist es für mich persönlich sinnvoller, mir ein Lachsbrötchen zu kaufen. Dann ist es unsinnig, eine Packung Brötchen zu kaufen, eine Packung Lachs zu kaufen, einen Salatkopf zu kaufen, eine Remoulade zu kaufen und alle einzelnen Zutaten, weil ich die nicht aufesse. Da esse ich vielleicht ein, maximal noch zweites Lachsbrötchen von und danach fliegt es in den Müll. Und das ist nicht unbedingt im Sinne des Erfinders, würde ich sagen. Deshalb hat es durchaus einen Sinn, dass man viele Sachen praktisch von unterwegs erwerben kann. Und ich bin ja sowieso der große Autoesser, das wisst ihr, ich bin ein sehr, sehr großer Fan davon, einfach ein Brötchen in der Hand zu haben. Ich fahre sowieso in Automatik, ich habe ja eine Hand frei zum Futtern und während des Essens ein bisschen Strecke zurückzulegen. Muss jeder machen, wie er mag. Gibt auch Leute, die sitzen gerne irgendwo zwei Stunden rum und futtern, aber für mich ist das das Langweilchen, ich brauche ihn nicht, will ich nicht. Das mache ich, wenn dann nur, wenn ich wirklich richtig Großhunger habe, so zum Tagesabschluss mal. Aber jetzt geht es auch nicht darum, was ich mache, sondern darum, wie man normaler oder in vielen Fällen diese To-Go-Speisen verwendet. Und die sind eben nicht unbedingt dafür bekannt, dass man in einer Situation, wo man sich unterwegs was zu essen kauft, unbedingt auch noch eine Packung Geschirr mit sich umtragen will. Habt ihr es dann bald mal? Fladi, Juna, Freunde, wir haben hier ein Personalgespräch im Hintergrund. Fladi, die Chefin mag nicht, komm her. Da wollte nämlich gerade jemand spielen, aber ihr habt es fauchen gehört. Juna hat ihm mitgeteilt, nee, mag sie nicht. Jetzt sitzt er hier und guckt ein bisschen betröppelt, aber immerhin hat er verstanden, glaube ich zumindest, dass Juna keinen Bock auf ihn hat. Reden wir stattdessen weiter über Nachrichten. Man möchte nun also ein Pfandsystem einführen. Erinnert ihr euch noch daran, dass ich euch bei der Sommertour gesagt habe, dass ich das so richtig geil fand, dass es dieses schwachsinnige Pfandsystem nur in Deutschland gibt? Sobald wir in Tschechien waren, über Ungarn, die Slowakei, rausgefahren sind, war das tiefenentspannt. Da konnte ich nämlich an der Tanke was zu Trinken kaufen, zu Preisen, die hierzulande Supermarktpreise wären, und die Flasche anschließend einfach in den Müll werfen. Das ist geil, ist die Karre nämlich frei. Wenn ich in Absurdistan unterwegs was zu trinken kaufe, dann dauert das drei, vier Tage, dann sieht man in der Mühle aus, als wäre ich Pfandflachensammler. Weil man es nicht wegwerfen will, weil es tut einem schon irgendwo weh, auch wenn es nur ein paar Cent sind. Weil man aber eben auch oft wegen einer Flasche jetzt, oder wegen zwei, drei Flaschen nicht extra in irgendeinem Supermarkt anhalten will und die Karre ausräumen will. Das macht man dann irgendwie alle paar Wochen mal. Und das ist so angenehm, wenn man einfach irgendwo was kaufen kann, in den nächsten Müll einmal verprachten kann und den Scheiß los ist. Und sich keine Gedanken drüber machen muss, dass man Geld weggeschmissen hat. Also ich finde das absolut, absolut ätzend. Und weniger Müll liegt wegen diesem Pfandgedöns auch nicht in der Umwelt rum, im Gegenteil. Wenn man durch Berlinistan läuft, ja dann liegen da eben andere Sachen an Abfall rum, als wenn man an einem ungarischen Rastplatz steht. Ja gut, da liegen ein paar Flaschen. Wenn man an einem deutschen Rastplatz steht, dann liegt das Fresspapier überall rum. Aber wo ist da der Unterschied? Also Müll fliegt sowieso in jeder Ecke rum. Da ändert das Pfandsystem nicht allzu viel dran. Abgesehen davon, dass auch Pfandflächen überall weggeworfen werden. Da gibt es dann nur Rentner, die darauf angewiesen sind, das wegzusammeln, damit sie am Monatsende noch was im Kühlschrank haben, traurigerweise in Deutschland. Also das Argument, es würde weniger Abfall anfangen, ist doch Blödsinn. Anfallen, so rum. Und man kann auch einen Wegflaschen durchaus recyceln über die gelbe Tonne. Das wird ja auch gemacht. Ist eben absurd, absurdistan. Germanistan lese ich gerade. Es gibt schon eine Ankündigung, beispielsweise von McDonalds, die wollen für eine Mehrwegverpackung für etwa ein Eis oder ein Getränk 2 Euro Aufpreis haben. Wenn ich mir die aktuellen Preise bei der Golden Möbel so anschaue, die sowieso knapp 10 Euro kosten für ein Menü mittlerweile, teilweise sogar über 10 Euro. Ich glaube, Burger King ist bei 10,99 Euro teilweise. Das ist wirklich absurd, dafür, dass es vor ein paar Jahren mal 6 bis 7 Euro gekostet hat. Wenn ich mir die Preise so anschaue, dann hätte ich jetzt auch nicht so das große Bedürfnis, dann noch 2 Euro extra zu bezahlen. Zumal ich ja dann ewig lange mit dieser Mehrwegverpackung rumgonteln müsste, bis ich irgendwann mal wieder so eine Fastfood-Bude sehe, wo ich es abgeben kann. Und mit so einer dreckigen Mehrwegverpackung am Auto rumfahren will man jetzt auch nicht. Ich bin immer ganz froh, wenn ich den Scheiß dann einfach in den nächsten nur einmal versenken kann. Aber gut, man scheint da eine Zielgruppe zu sehen für diesen Mehrwegkram. Die einzige erfreuliche Nachricht ist, dass es erstmal nur ein Recht für die Kunden ist, aber noch keine Pflicht, dass man mit so einem Ding dann rumrennen muss. Weil dann wäre es richtige Abzocker. Stellt euch vor, ihr wollt euch ein Café kaufen, müsst eine Mehrwegverpackung dazu nehmen, vielleicht 1 bis 2 Euro Pfand drauf zahlen und dann müsst ihr entweder mit diesem leergesoffenen Ding rumlaufen, obwohl ihr überhaupt keine Möglichkeit habt, das zu transportieren und abgeben könnt, das nur da, wo ihr es gekauft habt. Oder ihr müsst 2 Euro im schlimmsten Fall wegwerfen. Ist eine Scheiß-Situation. Kann ich mir aber gut vorstellen, dass die Grünlinger das auch noch forcieren wollen. Guck mal her, Flatti, nicht die Juna ärgern. Gucken wir uns auch das große Tagesthema an. Da sollten wir uns langsam auch mal hinwenden. Wir reden ja jetzt schon eine ganze Weile und das haben wir bisher galant umschifft. Wir schauen mal in Richtung EU. Da wurde uns nämlich mitgeteilt die Anzahl der Summe, die aus Absurdistan hinverschifft wurde. Berichtet hat es, wer war es denn eigentlich? Muss ich die Notiz nochmal finden. Berichtet hat es der Lügel. Absurdistan hat im Jahr 2021 eine Rekordsumme an unseren Geldern gehen Uschis EU-DSSR verüberwiesen, rübergeschoben. Vielleicht in Geldkoffern hingetragen, wie auch immer. Konkret beläuft sich der Betrag auf, festhalten, 25,1 Milliarde Euro. 25 Milliarden nur im Jahr 2021, die in die EU verschifft wurden. Das ist irgendwie schon ein bisschen viel. Nicht Millionen, sondern Milliarden. Wofür das Geld eingesetzt wurde, ich kann es ja nicht sagen. Selbst das Land, das der größte Nutznießer ist, nämlich an der Stelle Polen, hat nur vier Milliarden davon gekriegt. Vielleicht sind ein paar Sachen davon in Uschis private Tasche geflossen, vielleicht sind ein paar dazu, wie hießen sie, wie hieß unsere Vizefrau hier, zu Kailis Sippschaft gekommen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir richtig viel Asche da rein gebuddert. Und der Gegenwert ist jetzt nicht allzu hoch. Henrik fragt die Dunkelziffer, die ist nicht bekannt. Wir haben nur die offiziellen Meldungen, da ist das Geld für die Ostkokaine beziehungsweise für Vorderrenzkies Allüren noch gar nicht mit eingerechnet. Das kommt ja aus anderen Töpfen. Das ist nur der normale Betrag. Und der hat sich in den vergangenen Jahren ordentlich gesteigert. Im Jahr 2020 waren es beispielsweise, habe ich mir das überhaupt aufgeschrieben, nur 19,4 Milliarden. Zwischen 2020 und 2021 sind also mal eben 5 Milliarden mehr dazugekommen. Wir haben es ja nicht wahr. Angeblich, hey, ist jetzt gut, angeblich berechnet sich das anhand der Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr allzu viel von, denn die Wirtschaftsleistung in Absurdistan, die hat ja nun in den letzten Jahren ordentlich abgenommen. Bedeutet, wenn es analog zur Wirtschaftsleistung eines Landes wäre, Flavir, komm, ist gut. Ey, komm, geh. Ich setze mal kurz den Flattikanten raus, gibt mir mal den Moment, der herandaliert mich hier zu sehr. Da muss er jetzt draußen warten, der hat mich den Baum abzuschmücken, bevor der Baum der Baumabholgienst kommt. Ups, bleibt draußen. Erst nervt er die Chefin, dann versucht er uns eine Kugel runterzuwerfen und die brauchen wir noch. Und da ich jetzt gerade keine Lust habe, die ganze Zeit den Kater daran zu hindern, den Baum abzuräumen, geht der Kater erst mal raus. So, innerhalb von einem Jahr also 5 Milliarden Euro mehr gezahlt und wenn es angeblich analog zur Wirtschaftsleistung eines Landes berechnet werden würde, dann müsste der Betrag doch abnehmen, den wir bezahlen. Komischerweise nimmt er aber zu und zwar ordentlich. Frankreich, das zweite Land, der der Nettoeinzahler nach uns, hat deutlich weniger bezahlt. Frankreich hat nämlich nur 12,4 Milliarden bezahlt. Frankreich hat nicht mal die Hälfte von dem bezahlt, was Absurdistan reingebuttert hat. Blöd, oder? Die anderen Länder haben allesamt noch weniger bezahlt. Aber es ist schon krass, was da für eine riesen, für eine riesen Kluft ist zwischen dem Top-Zahler, nämlich Absurdistan und dem Land, was danach das meiste zahlt. Weniger als die Hälfte. Und dann wundern sie sich, dass immer mehr Leute in Absurdistan sich sehr, sehr EU-kritisch äußern und auch immer mehr Stimmen laut werden, die nachfragen, ob es denn überhaupt noch sinnvoll ist, ob die Kosten-Nutzen der Rechnung noch ausgewogen ist oder ob man vielleicht lieber wie Großbritannien eben jenem Konstrukten rückenkehren sollte. Aber das ist ja Böse- und Rechtspopulismus. Großbritannien ist auch die offizielle Erklärung dafür, warum wir jetzt so viel Geld da reinbuttern. Denn Absurdistan hat, wie wir damals ja schon besprochen haben, angeblich wäre es eine Verschwörungstheorie, Absurdistan hat die Beträge von Großbritannien größtenteils übernommen. Absurdistan kompensiert also zu großen Teilen das, was der EU-DSSR entgeht oder entgehen würde, seitdem Großbritannien ausgetreten ist. Jetzt wurde gerade gefragt, wie viel Rumänien kriegt. weniger als Polen. Polen kriegt 4,1 Milliarden, Rumänien kriegt 4 Milliarden. Also so viel dazu. Nein, die 25 Milliarden, die fließen nicht in den Osten. Ich weiß nicht, was sie damit machen. Kann ich euch nicht sagen. Ist nur etwas merkwürdig, dass Absurdistan ganz, ganz oben auf dem Treppchen steht von Seiten der Einzahler. Danach ganz, ganz lange nichts kommt. Dann die Franzosen kommen und andere Länder, die beispielsweise ab und an mal ein bisschen Geld einzahlen, aufgeführt wurde, wurde beispielsweise noch Italien. Die haben 3,2 Milliarden eingezahlt. Gut, Italien ist ein Beispiel für sich. Die kriegen ja auch ordentlich Geld. Geld wiederum raus. Aber das sind doch wirklich Summen jenseits von gut und böse. Wofür zur Hölle werden da 25 Milliarden reingebuddert? Was ist denn da der Gegenwert? Wird ja mal erzählt, Deutschland würde so sehr vom Binnenmarkt profitieren. Also, naja, ein Binnenmarkt setzt aber eben auch eine Wirtschaft voraus, die irgendwas verkaufen kann. Wenn man die Wirtschaft aber zerschießt, dann tut mir leid, da ist mir der Binnenmarkt auch wurscht. Ist ja nichts mehr da, was man anbieten kann auf diesem Markt. Das wurde natürlich nicht thematisiert. Dafür ist selbst dem DGB, das wäre dann das zweite große Tagesthema, das können wir jetzt gut verknüpfen, dafür ist selbst dem DGB, dem Gewerkschaftsbund aufgefallen, dass es offenbar, wenn das so weitergeht, zu einer Deindustrialisierung des Landes führt. Und war das nicht auch eine Verschwörungstheorie? Die DGB-Chefin Fahini warnt nun, wer hätte es gedacht, warnt nun vor einer Deindustrialisierung des Landes. Und zwar wegen den Energiekosten. Weil bezahlbarer Strom her muss, damit die Industrie beziehungsweise generell die Wirtschaft arbeiten kann. Nun fordert sogar der Gewerkschaftsbund bezahlbare Energie. Sind das jetzt die neuen Verschwörungstheoretiker? Ich denke, die Industrialisierung wäre eine rechtsextreme Schwurbelei. Sind das nicht nur die bösen, bösen Querdenker, die sowas behaupten? Es ist jetzt an der Stelle die Chefin vom DGB. Hm, ach nee, genau Yvonne. Habe ich mir auch so gedacht. Ja, ach nee, liebe Jasmin. Jasmin heißt sie da mit Vornamen. Ist ja schön, dass euch das oh endlich auffällt. Ist aber nicht das Einzige, was sie fordern. Weiterhin hat die Fahini etwas gesagt, was ich von der SPD-Tante jetzt auch nicht erwartet hätte. Nämlich, dass es eine ziemlich ungünstige Idee ist, Bonuszahlungen und Dividende zu verbieten. Aktuell dürfen viele Unternehmen nämlich keine Bonuszahlungen ausschütten. Ist ja so eine Grün-Links-SPD- sozialistische Einheitsfront- Idee. Dividende sind ja böse. Sache ist nur, es sind relativ normale marktwirtschaftliche Mechanismen. Und die sorgen wiederum dafür, das wird nämlich ganz gern vergessen, dass es überhaupt erst lukrativ für Unternehmen ist oder überhaupt erst den Unternehmen ermöglicht, in einem Land zu arbeiten, weil Investoren in sie investieren. Ohne Geldgeber, Aktionäre beispielsweise, können die Unternehmen mitunter nicht arbeiten. Und die Aktionäre wiederum, die kriegen entweder ein bisschen Taschengeld oder teilweise auch einen Teil ihres Lebensunterhaltes. davon, dass die Unternehmen ihr Geld zur Verfügung stellen. Das ist Grün-Links-Dorren-Auge, aber das ist nun mal die normale Wirtschaftspraktik und zwar so ziemlich überall auf der Welt, wenn man von Korea mal absieht, aber die haben keine nennenswerte Wirtschaft. Gehört also einfach zur Arbeitsweise der Wirtschaft dazu. Ohne Investoren, ohne Privatleuten oder anderen Unternehmen, die in eine Firma investieren, würde es sehr, sehr viele Firmen nicht geben. Wenn man nun also dafür sorgt, dass die Unternehmen A, nicht produzieren können, weil sie sich die Energie nicht leisten können und B, sie immer unattraktiver für Investoren werden, naja, was ist denn das dann noch für ein Wirtschaftsstandort? Dann sind bald keine Unternehmen mehr da, aber die Investoren natürlich zurückziehen ihr Investment. Wenn die, ganz platt gesagt, nichts davon haben, wenn die also keinen Gegenwert erhalten und auch noch absehbar ist, dass die Firma in die roten Zahlen rutscht, weil die Bedingungen nicht mehr so sind, dass überhaupt noch was produziert werden oder verkauft werden kann, dann werden die wohl schauen, dass sie rausgehen auf dem Investment. Aus dem Investment. Bedeutet also eine zusätzliche Schwächung der Firma oder generell des Wirtschaftsstandortes. Wenn ein Standort nicht attraktiv für Investoren ist, dann werden sich da weniger Firmen ansiedeln. Die Firmen, die da sind, werden massiv zu kämpfen haben, werden also schauen, dass sie abwandern, damit sie sich anderswo besser finanzieren können. Und wenn die Firma abwandert, was passiert dann wohl mit den Arbeitsplätzen? Nehmen die ihre ganzen Mitarbeiter mit in ein anderes Land. Also sofern sie nicht vor die Hunde gehen, wenn sie groß genug sind, können sie sich sehr leisten abzuwandern. Nö. Dann gehen sie zum Beispiel in die Türkei und stellen da neue Leute ein. Und was passiert mit den Mitarbeitern in dem Land? Die stehen auf der Straße. Und was will man dann mit denen machen? Neues Unternehmen gründen wird schwierig. Das neue Unternehmen hat ja auch keinen bezahlbaren Strom. Und Investoren finden neues Unternehmen. Findet man auch nicht. Das heißt, viele, viele Menschen in sehr vielen Fällen hochqualifiziert, stehen von jetzt vielleicht auf der Straße, weil einfach keine nennenswerten Wirtschaftsunternehmen mehr vorhanden sind. Stehen dann vor der Wahl, entweder schauen, dass sie irgendwie noch Land gewinnen können, wenn sie die Möglichkeit noch haben, ihren Hintern aus Absurdes dann rausschaffen. Wer das nicht kann, naja, der hat halt einfach, der ist am Arsch. Der kriegt dann irgendwelche Alimente von der Hampel. Der ist dann abhängig von irgendeiner Gier für ein Grundeinkommen oder Bürgergeld oder wie das so schön heißt und kann sich dann nicht mehr erlauben, noch aufzumucken, weil die Hampel ihn de facto finanziell an der kurzen Leine hält. Was man aber auch machen könnte, was vielleicht die, das ist jetzt an der Stelle Ironie, was vielleicht die Strategie der Hampel ist, die Leute, die auf der Straße stehen, weil die Firmen pleite gehen oder wer es noch kann abwandern, die Leute einfach als Staatsbeamte anstellen. Naja, dass man Staatsbeamte mit Steuergeldern zahlt, die in der Wirtschaft erwirtschaftet werden, wie der Begriff schon so schön sagt, das kommt da ja nicht so wirklich an, aber das führt uns zur nächsten Meldung, da musste ich ein bisschen lachen, von der Tagesschau. Die haben berichtet, dass die Zahl der öffentlich Beschäftigten ebenfalls einen Rekordwert erreicht. Im Jahr 2021 ist die Anzahl der Leute im öffentlichen Dienst auf 5 Millionen gestiegen. Okay, man gönnt sich ja sonst nichts. Von 83 Millionen Einwohnern arbeiten 5 Millionen für den Staatsapparat. Das riecht irgendwie nach Wasserkopf. Gleichzeitig ist das aber immer noch nicht genug. Man beklagt nämlich vom Beamtenbund, dass weitere 360.000 angeblich fehlen. Sie brauchen noch mehr Mitarbeiter, noch mal 360.000 mehr, damit die Aufgaben der Verwaltung funktionieren. In den vergangenen Jahren hat man die Verwaltung immer weiter aufgebläht. Man hatte im Jahr 2021 5,096 Millionen, 2020 hatte man 4,97 Millionen Beschäftigte, 2018 waren es 4,88 Millionen, nee, 2020 4,97, 2019 waren es 4,88 Millionen und 2018 waren es 4,8 Millionen. Heißt also, in den letzten vier Jahren kommen auch ein paar Hunderttausend wiederum dazu, obwohl es eigentlich sinnvoller sein sollte, wenn die Wirtschaft immer weiter abnimmt, dass man dann auch kausal dazu den Staatsapparat schrumpft, weil der einer der größten Kostenfaktoren ist, die es gibt in diesem Land, dass man also schaut, dass man einen schlanken, einigermaßen effizienten Staat hinbekommt, wenn man schon einen braucht, aber nicht auch da noch jede kleine Provinzverwaltungen unermesslich aufbläht. Dazu kommen ja horrende Pensionsansprüche. Gleichzeitig wird aber gejammert, dass die Rentenkassen leer sind. Naja, es mag daran liegen, dass Beamte eine Pension bekommen und die meisten überhaupt nicht einzahlen in die Rentenkasse. Wenn man also 5 Millionen Arbeitnehmer hat, die zwar Gelder erhalten aus öffentlichen Quellen, aber da eben deutlich weniger Beiträge anzahlen als normale Mitarbeiter in der freien Wirtschaft, braucht man sich doch nicht wundern, oder? Naja, man wundert sich schon, man fordert noch mehr Beschäftigte und nicht nur das, man fordert auch noch mehr Geld. Also meistens, je nach Besoldungsklasse, verdienen Beamte grundsätzlich gar nicht immer so schlecht. Einfacher Dienst ist ja weitestgehend abgeschafft und der mittlere Dienst ist jetzt gar nicht immer so extrem scheiße, wenn man es mit normalen vergleichbaren Berufen in der Wirtschaft ins Verhältnis setzt. Nun fordern die Gewerkschaften der Beamtenbund 10,5% mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro pro Monat. Also wenn man mal ganz kurz ausrechnet, 10% mindestens 500 Euro, wenn man also davon ausgehen kann, dass 500 Euro 10% mehr sind aufs Gehalt angerechnet, dann komme ich auf ein Gehalt von etwa 5000 Euro. Das ist jetzt nicht ganz so schlecht, würde ich meinen. Natürlich verdient nicht jeder Beamte 5000 Euro, ist ganz klar. Gibt auch welche, die haben vielleicht nur 2500, die sie bekommen. Aber 10,5% Steigerung, also klar, von der Inflation her wäre das sinnvoll. Die Sache ist nur, es sind unsere Gelder und in der Wirtschaft kann sich das auch keine Firma leisten, dann sollte man vielleicht dafür sorgen, dass die Kaufkraft nicht immer weiter abnimmt. Zu fordern, dass alle anderen noch mehr Geld abdrücken sollen, damit man großzügig die Beamtengehälter der Inflation anpassen kann, das ist auch irgendwie ein bisschen nicht sonderlich nachhaltig. Das wird auf Dauer so nicht funktionieren, weil irgendwann ist einfach kein Geld mehr da, was man noch jemanden wegnehmen kann. Wird es halt, dass die Gründe das auch mal verstehen. Was mich aber doch etwas stutzig gemacht hat, war, dass mindestens 500 Euro pro Monat mehr fließen sollen. Also eine Gehaltserhöhung von 500 Euro pro Monat eine Holla die Waldfee. Ich denke, das hätten sehr viele von uns sehr gern. Das sind doch Summen, die sind doch absolut utopisch. Verhandelt werden soll darüber dann im nächsten Jahr. Da möchte man sich da dann genauer zusammensetzen. Aber einfach mal kurz überschlagen, 5 Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst und jeder davon soll 500 Euro pro Monat mehr kriegen an Gehalt. Also obendrauf plus, könnt ihr euch ausrechnen, was das kostet. Ja, wir haben es ja in dem Land, nicht wahr? Wir haben zwar keine Wirtschaft mehr, unsere Industrie geht vor die Hunde, aber hey, wir können ja pro Monat 500 mehr Beamtengehälter bei Rappen. Funktioniert schon irgendwie. Wenn dann die Rentenkassen mal wieder leer sind und man auch nicht mehr weiß, wovon man noch die Beamtenpension zahlen soll. Hm, blöd. Naja, vielleicht ist da noch jemand da, den man enteignen kann. Das sind mittlerweile Zustände in dem Land, da festen sich einfach nur an den Kopf. Yvonne schreibt, die Erhöhung gibt sie auch. Ich glaube, jeder von uns, wir sind immerhin fast 600 Anwesende aktuell, ich glaube, jeder von uns würde die Erhöhung gerne nehmen. Und das ist eben ein bisschen weltfremd. Gehälter ja nicht zu stehen, wenn die 10,5% mindestens, also Mindestbetrag der Erhöhung 500 Euro sein sollen. Das heißt, wenn wir da vom Mindestbetrag reden, gibt es da durchaus auch Beamte, die dann eine deutlich höhere Gehaltserhöhung kriegen sollen mit dieser Tarifverhandlung. Ja, das ist doch, das sind doch Aussichten, da freut man sich doch. Naja. Ich glaube, Mathematik war sowieso noch nie die Stärke von der Grünen, von den Grünen. Und ich kann es ja nachvollziehen, dass man vielleicht nicht unbedingt so gerne rechnet. Ich habe Mathe in der Schule auch nicht wirklich gemacht. Das lag großteilig auch an den Lehrern, aber die haben doch Berater ohne Ende. Zumindest die müssen doch wissen, dass es so nicht funktionieren kann. Denen muss doch klar sein, dass man das Geld, was man irgendjemandem wegnehmen will, dass die Person, der man es wegnimmt, das Geld auch erst mal verdienen muss. Und das passiert eben in der freien Wirtschaft. Und wenn die freie Wirtschaft kaputt ist, dann kann man den Leuten auch nichts mehr wegnehmen, weil die Leute nicht mehr haben werden. Aber vielleicht ist das ja das Ziel der Grünlinge. Abzocken, solange noch jemand da ist, den man es wegnehmen kann und dann setzt man sich eben mit der Knete ab. Na, Juntschen? Ich fand es nur faszinierend, dass nun selbst dem DGB, dem Gewerkschaftsbund und dessen Chefin auffällt. Also wenn da so weitergeht, stehen wir vor der Deindustrialisierung des Landes. Ja, haben wir das nicht vor 2000, vor 2000, ja, vor zwei Jahren schon besprochen. Vor 2000 Jahren haben wir sicher noch nicht besprochen. Es ist ein bisschen länger her, da erinnern wir uns vielleicht nicht mehr so gut dran. Ne, aber haben wir da vor zwei Jahren nicht offen drüber geredet, dass genau sowas absehbar ist, wenn man der Wirtschaft, den Unternehmen des Arbeiten verbietet, dass das die logische Folge ist. Ja, jetzt fällt es ein DGB auf. Rechtsextremer Verschwörungstheoretiker. Haben wir noch eine Meldung? Na, ich glaube, wir sind weitestgehend durch. Ja, wir hatten soweit alles. Die Beamten wollen also noch mehr Mitarbeiter und mehr Geld haben, während der DGB mittlerweile gecheckt hat, es gibt kaum noch bezahlbare Energie. Die Unternehmen wissen nicht mehr, wie sie arbeiten sollen und für die Investoren wird es auch immer unattraktiver. Es sind also nicht die allergrößten, Aussichten. Und selbst die Wirtschaftsweisen haben wir fürs nächste Jahr auch schon vermeldet. Es wird wohl ein Schrumpfen der Wirtschaft geben. Vielleicht erholt sich es im zweiten Halbjahr 2023, aber das haben sie dieses Jahr auch schon vorhergesagt. Und es ist nicht so viel bei rumgekommen, im Gegenteil. Aktuell ist die Wirtschaftsleistung in Absurdistan eher auf einem absinkenden Ast. Jetzt machen wir aber erst mal Feierabend. Ich habe noch ein Junchen für euch, die schlägt nämlich gerade am Weihnachtsbaum rum. So, komm, Juna. Komm mal her. Ja, Juna, jetzt guckst du dir ja die Kugeln an. Du musst die Kugeln, die da vielleicht die Kante runtergehauen hat, nachher wieder aufhängen. Die brauchen wir nämlich noch. Irgendwann Ende des Monats kommt bei uns der Weihnachtsbaum, ein Sammeldienst und bis dahin lassen wir das Bäumchen hier natürlich noch stehen. Juna, komm, meine Gute. Junchen, komm her. Seht ihr sie überhaupt? Wo ist denn das Juns? Oh nee, da ist der Baum im Weg. Muss ich euch mal runter anstellen. Da ist er. Schaut, da sitzt die Chefredaktur. Juna be-ehrt uns tatsächlich auch mal hier im Studio. Juna. Na, komm, Jenschen. Komm her. Juna, Fladdi ist draußen. Den Fladdi kannten habt ihr, denke ich, heute mehr als genug gesehen. Vor allem habt ihr ihn gehört. Den braucht er jetzt also nicht. Juna. Nö, die mag nicht. Was ist denn los, Große? Nee, Juna will uns heute nicht mit ihrer Einwesenheit erfreuen. Sie ist zwar da, aber es reicht, dass ihr erahnen könnt, dass sie sich mal hier aufgehalten hat. So wirklich in die Kamera kommt sie nicht. Frohes neues Jahr, bitte schon, jemand ist noch ein bisschen früh. Wir sehen uns noch einige Male vorher. Ob es am Wochenende denn Ausritt gibt, will ich euch noch nicht versprechen, denn ich weiß noch gar nicht, ob ich zu Silvester zu Hause bin, aber das teile ich euch rechtzeitig mit. Vielleicht unternehmen wir was zu Weihnachten, vielleicht unternehmen wir was an Silvester, vielleicht bin ich unterwegs an Silvester, das kann ich euch noch nicht ganz genau sagen. Wenn wir nicht ausreiten sollten am Samstag, dann holen wir das natürlich nach, ist ganz klar. Guck mal hier, Junchen. Miesi. Na, komm. Nee, mag nicht. Es steht da und klotzt. Heute hat sie wieder gute Laune. Gestern war Juna so richtig pissig. Also gestern Abend ging es dann schon wieder, aber als ich sie gestern aus der Box dann rausgeholt habe, so richtig, habe ich euch erzählt, ich stand hier am Stau, das fand Juna nicht so geil. Und als sie dann endlich rauskam aus der Box, da war aber die Kacke und dann hat sie so richtig rumgemurrt und rumgekrummelt. TV-Tin fragt, ob sie auch in den Baum steigt. Nee, macht sie nicht. Im Baum hing noch keiner von beiden. Natürlich wird am Baum gespielt, mal am Ast irgendwie geknappert oder der Ast angetatzt, aber jetzt nicht so, dass da jemand reinklettern würde. Bin ich auch sehr froh, denn letztes Jahr ist unser Weihnachtsbaum ja zwei oder dreimal, ich weiß es gar nicht mehr so genau, zwei oder dreimal umgefallen. Es war dann unschön. Dieses Jahr sind es ja nur Kugeln abgefallen oder meine Weihnachtsfiguren, die da unten stehen, aber das Bäumchen ist noch nicht zu Fall gebracht worden. Wäre auch ungünstig, ist nämlich Wasser drin im Baum stehen, da muss ich wieder nachfüllen. Oh, das ist fast trocken. Mein Baum braucht wieder neues Wasser. Ist wäre auch ungünstig, wenn es umfällt, weil dann ist das ganze Studio hier überschwemmt. Paketkarten? Paketkarten. Das Laminat kann das theoretisch zwar ab, aber ich will es nicht unbedingt interessieren. TVT sagt, gut, dass die Kugeln aus Plastik sind. Ja, das war ja die Intention dabei. Eigentlich finde ich echte Kugeln hübschen, weil es hat noch mal eine andere Wirkung, aber wenn sie andauernd kaputt gehen, dann wäre das natürlich unschön und ist auch ein bisschen sicherer. Wenn da doch mal was runterfällt und ein Kätzchen drüberläuft, dann soll ja nicht gleich die Pfote kaputt gehen. Dann doch lieber die Kugel oder in dem Fall eben nichts von weitem, denn die Plastikkugeln, die können einiges ab. Juna, kommst du noch mal? Ne, sitzt da hinten wie so eine Eule und guckt mit leuchtenden Augen. Jut. So viel zum Thema Chefredakteurin. Ach, kommst du? Na hallo, meine Gute. Hi. Warte mal, Juna, müssen wir mal die Kamera ein bisschen ändern. Ist ja schön, dass du uns auch mal mit deiner Anwesenheit so richtig beendetst. Scherpen bringen Glück, schreibt Knut. Ja, das mag sein, aber nicht, wenn die Kätzchen drauf tritt. Junchen. Komm mal hier, meine Große. Nicht schimpfen. Nein. Ich will dich nicht in die Box setzen. Ich will nur, dass du mal im Bild bist, in der Kamera. Aber das will du noch nicht. Junsk. Na komm. Na komm, meine Süße. Ja, sie ist da. Ja, erahnt sie zumindest. Es schnurrt, aber das schnurrt leider relativ leise. Nicht wieder fladikant. Jonas, wäre schön, wenn du meinen Themenzettel nicht auseinandernehmen würdest. Mal die Sicht drehen, damit ihr Juna noch mal richtig habt. Die ist ein so seltener Gast vor der Kamera. Da müssen wir noch mal kurz draufhalten. Na, du Gute? Junschen, schau mal hier. Der Flatti guckt immer besser in die Kamera. Da seht ihr mal einen Weihnachtsjunschen. Ja, Kröppeli ist wirklich eine hübsche Katze. Aber ich glaube, ihr wisst alle, wie unser Junschen aussieht. Wäre nur schön, wenn sie auch mal ordentlich in die Kamera schauen würde. Das Hakumi hat Juna angebracht. Was machst du, Juns? Juna? Sie weiß den Baum zu schätzen. Ich glaube, den findet sie ganz interessant. Aber wirklich kuscheln will sie gerade nicht. Sie ist eher beschäftigt mit ihrem Revier. Juna, suchst du den Flatti? Der ist ausgesperrt. Ja, Juna und Flatti sind komplett verschieden. Juna ist die zickige Diva und Flatti ist der liebherzige, der gutherzige Dorftrottel, der kleine Süße. Noch ein paar Minuten Juna-Stream zum Ende. Die Nachrichten sind für heute durch, nicht wundern. Jetzt gibt es nur noch etwas im Bonus für alle Juna-Liebhaber. Was ist los, Junschen? Ob der Baum schon nadelt? Nicht so richtig. Die Nadeln, die hier liegen, die sind schon beim Auspacken abgefallen, die meisten davon. Der hält relativ gut. Aber ist auch Wasser drin. Die hat aber auch gerade richtig zu tun, die Juna. Hat gar keine Zeit für uns. Ich glaube, sie ist etwas skeptisch, wo der Flatti hin ist. Ist jetzt nicht so, dass sie traurig ist, dass der Flatti nicht da ist, aber die wundert sich, wie es aussieht ein bisschen. Juns? Junzel? Komm, ich werfe mal den Haargummi her. Die zwei Sekunden haben wir jetzt auch noch. Achtung, Junzel. Und da flitzt es. Juna, komm. Komm her, Junzel. So wirklich in Spiellaune ist es auch nicht. Da sitzt es und guckt. Juna? Da haben wir mal wieder fünf Minuten Juna-Zeit zum Ende des Videos. Hatten wir auch lange nicht mehr, weil Juna sich immer relativ rar macht. Hört ihr es brummeln? Jetzt ist sie mit ihrem Haargummi zugange, aber sie bringt es nicht zurück. Sie will einfach nicht, richtig. Sieht das bei euch eigentlich auch so verschwommen aus? Das ist wieder dieser blöde YouTube-Zoom. Das Bild grieselt bei mir total, aber eigentlich kann die Kamera sowas, aber das kennen wir ja schon. So, jetzt machen wir Feierabend. Den Zoom wieder rausnehmen. Da hinten schleicht es immer noch. Schaut, auf leisen Tatzen kommt es angeschwebt. Zu dunkel für Zoom schreibt Knut. Das liegt daran, dass die YouTube-App leider nicht auf die eigentliche Leistung der Kamera zugreift. Das haben wir ja schon mehrfach gesehen, traurigerweise. Wenn ich offline aufnehme, habe ich den Top-Zoom auch in relativer Finsternis. Kann auch gute Nachtaufnahmen machen, aber leider kann die YouTube-App das nicht. Und einen Livestream offline aufnehmen ist schwieriger. So, aber jetzt endgültig Schluss mit Katzen-TV. Ups, stelle ich euch nochmal kurz ab und wünsche euch einen wundervollen Freitag. Wir haben es ja schon 1.19 Uhr. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht von der Hampel wegfangen. Bereitet euren Jahreswechsel vor. Wer Feuerwerk zünden will, geht schnell einkaufen. Als ich vorhin einkaufen war, gab es tatsächlich nur noch Reste. Also im Supermarkt, in der nächsten Stadt hier in der Nähe. Ich habe jetzt auch nur einen Supermarkt gesehen, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ausschaut. Zumindest in dem Supermarkt, wo ich vorhin war, gab es so ein bisschen was noch, aber die meisten Sachen waren schon ausverkauft. Und das ist ganz schön krass. Ist ja, ich glaube, erst seit heute offiziell erlaubt das Verkaufen. Da haben sie ordentlich gehamstert, waren auch hinter mir dann noch Leute im Supermarkt, die haben sich richtig gefreut, dass überhaupt noch was da ist. Scheint also dieses Jahr gut nachgefragt zu sein. Aber jetzt noch erst mal Feierabend. Deswegen bis dann. Bis dann.